Hallöchen Freunde, vielen Dank fürs Einschalten und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Draw My Thing. Jo, wir sind wieder in dieser Arena hier und über die Lobby hier bin ich gespannt. Ja, die waren sich schon gerade immer am battlen, wer besser ist und wer schlechter ist. Ich hoffe mal, die gehen sich jetzt hier nicht so auf die Dingens. Wut? Ach. Hä? Ach. Wow. Der Typ ist ein ganz schöner Spaß, die... Erstmal hier... Erstmal ne Katze malen. Äh... The fuck? Was ist das denn? Screw! Jawohl! Boah, die Leute, ne? Ich sehe schon wieder kommen. Letztes Mal war die Lobby so cool. Der hat so viel Spaß gemacht. Und jetzt kommen wir wieder mit solchen Pennern in der Gruppe. Guck mal, der schreibt schon wieder gar nicht. Alter, jetzt wird man hier wieder mit so Vorschülern zusammen. Nein. Äh... So, Elevator. Ja, 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 you don't know. Lümao! Uuuuuh! Das war nice. Äh... Ja, da glaube ich aber auch. Junge, was ist das? Gini Pig? Was steht denn da überhaupt? Was ist das denn? Belly Button? Telefon, oh, das ist easy. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Um lezer. Warte mal. Warte mal. Ah, Mann, ey. Warte mal kurz, ich muss mal... Obwohl, nee, nicht jetzt. Ja, Pech gehabt. What the fuck? Ah, warte mal. Panda! Es ist der Panda, meine Damen und Herren. Nice. Wer schreibt? Okay. Kendall, nice. Dann hatte ich aber auch jetzt mehr so, naja, Hexer. Kandele, jawohl. Jetzt kommt da Kasteelung, 풀ung, kasteelung, kwal Donc, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Echt jetzt? Leute, was macht der da? Gitarre? Jawohl, aber was sind das denn für Vorschüler hier? Milk, okay, alles klar. Äh, Moment. Ähm, so... Oh, verdammt. Das Ding... It's milk, okay. Logisch, klar. Oh, oh, oh. Was ist das denn? Oh nein, jetzt hat er gewonnen. Scheiße. Skateboard, jawohl. Easy. Okay, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Wir können noch gewinnen, Leute. Wir können noch gewinnen. Oh. Was ist das denn? Ah, natürlich, natürlich, alles klar. Ja, gut. Wir sind Zweiter geworden, aber halb so wild. Ich finde, in der Lobby ist das schon mal richtig viel wert. So, naja, ne? Ich sage dann mal, wenn es euch gefallen hat, Freunde, es haben wieder einige Leute gelieft, deswegen ist die Folge auch so kurz geworden wieder. So ein Scheiß aber auch. Tut mir leid. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal ein Däumchen nach oben da. Lasst doch einen netten Kommentar in den... Kommentar in den... Kommentar in den... Ja. Ich verabschiede mich hier von euch und sage, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.